Wir waren ein ganzes Leben nicht mehr hier. Dieser Dschungel ist immer noch voller Ranken und Ränke. Marquez wird das zu ihrem Vorteil nutzen. Doch wir wissen, dass sie hier ist. Sie erwartet uns nicht. Wir müssen sie finden. Herauslocken und ihr ein Ende bereiten. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Oh 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 Ich spüre es Sie hat sich verkrochen Tun wir etwas, was sie nicht ignorieren kann Eliminiert diese Männer Wir nutzen ein Kulverfang Das ist ein Kulverfang Benutzt ein Kulverfang Benutze dein Pulverfass! Es kommen noch mehr! Händen sie aus! Isoliert sie! Lass sie alleine kämpfen! Hinsohl! Helft mir! Lucia Marquez! Wenn ihr hinter uns her seid, kommt raus und kämpft wie eine ehrenhafte Frau! Los, holt sie euch! Wir sorgen hier weiter für Ablenkungen. Doch gebt ab! Sie darf euch nicht... Nein! Ich darf nicht durch die Hand einer Taino sterben. Mein Vater erkannte das Potenzial dieser Inseln. Gold. Industrie. Freiheit. Es wird alles vergeudet. Ihr wisst nicht, wie ihr es nutzen könnt. Er hätte euch Reichtum gebracht. Ihr glaubt, wir vergeuden Freiheit, indem wir frei leben? Ihr sterbt als Gefangene eures Templer-Wahns. Streiten wir nicht mit deiner Toten. Das versöhnt mich.